So, und damit, hallo wir Leute, was geht ab und jetzt nicht kommen zu einem Video von Resident Evil Village. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und braucht ihr euch habt. Ja, wie ihr seht, wir sind immer noch in diesen dämmlichen Höhlen. Kack. Hex-Lock krieg ich einfach nicht gebacken. Wow, da kommen ja sogar welche. Ich weiß nicht, was ich machen will. Ja, letzte Video haben wir uns weiterhin durchs Dorf gespüßen, die Schlagen mehr oder weniger. Haben dann alle über den Schatz und verloren. Und dann haben wir Mutter wie Renda getroffen, mehr oder weniger. Die Herren und Schöpfen des Dorfes. Boah, dann geht der runter. Der Kacke. Und außerdem die vier, da sind sie, die vier Herren, oder Lords von dem Dorf. Diese komischen Telekinese-Fritze. So eine kleine Puppe. Diese Miss... Demi-Trivsku, oder wie sie heißt. Und dieses komische andere Gollum-Fater. So, so, versuchen wir mal zweiter, weil er jetzt gerade gar nicht. Verfluchter Mist! Kann ich nicht so schwer sagen, ich muss ja eine Lücke geben. Bei diesem... Er ist noch voll eins übergebrannt. Die Senhe, glaube ich, war nicht schön aus. Du lebst noch... Beeindruckend. Oh shit. Ja, wir fassen uns, wo das aussieht. So. Tritt der Sky. Hallo. Shit! Los, 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 los. Beachtlich. Die Geschichten über dich sind also wahr. So. Jetzt sind wir wieder hier. Ähm. Ich weiß noch nicht, wo ich hin muss. Weil hier ist doch keine Kacklücke. Boah, rutscht doch nicht runter, ob so doof. Oh, du dachtest doch nicht, ich lasse dich gehen. Oh, das ist ja. Donner und Moreau wollen unterhalten werden. Och, wo? Und jetzt wird es Zeit für das blutige Finale dieser großartigen Show. Oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck. Die machts schon fast gleich. Ha, 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 ha. Wahrscheinlich. Ich hab meine Knarre'n sogar noch. Ha, ha. die vier grafen werte lords und werte ladies ich sehe halt nur nichts sehr ja auch nichts hier mal ernst man oh die ist sogar noch wir haben auch viele räume viele falterkammern jetzt haben wir den bums ja hier ganz einmal geschafft also wir hier ja wenn es durchgemacht hat bis jetzt in seinem leben dass du nicht psychisch gestört bist also vogelscheuche man sieht ein bisschen dass die knarre nicht ganz ist kann man aber machen so wir sind wieder draußen ja das ist nicht mal eine richtige riesige burg oder ein schloss ich habe auf dich gewartet sie kennen meinen namen es gibt wohl kaum jemanden der ihn noch nicht kennt ein held auf der suche nach seiner tochter und dieses schloss ist doch sehr verdächtig nicht sie aber auch ich bin nur ein einfacher kaufmann hier bitte verzeih mir nenn mich nun zum geschäft waffen munition heilen du bist komisch allein schon jetzt hier so ein shop hier auf ihn zu knüpfen und bis auf die wall ein glück dass du kommst mir war gerade langweilig wegschau was kann ich denn damit 6.000 wie viel habe ich denn taus gut bitte sieh dir auch meine neuen waren an wer kauft das ding doch jetzt wie heißt es doch so schön klein viel macht auch mist messer habe ich in der hand stecher 8.000 9.000 4.000 100.000 10.000 ca 12.000 10.000 gt mit bisher auf um благ Dimitrescu. Könnte Rose hier sein? Das ist gut, das ist gut, das ist gut. Das sollen wahrscheinlich ihre Töchter sein. Drei Töchter. Bella, Cassandra, Antonina. Warum die jetzt alle Vampire sind? Keine Ahnung. Irgendwie, was ist denn jetzt gerade los mit dem? Warum läufst du so komisch? Ein Mann, drei Frauen. Ich frage jetzt, wo muss ich hin? Ich will hier natürlich nichts verpettet. Nichts passiert. Okay. Sieht ein bisschen baufällig aus hier, dieser Teil. So, ist der Turm. Ah, okay. Irgendwie. Gute Vase, Bauer. Vielleicht mal nicht unbedingt hier mit der Karre rumlaufen. Warte. Jetzt kommst du in ein neues Schloss erstmal alles durchsuchen. Von der anderen Seite verschlossen. Okay. Ich will erstmal hier rumrandalieren, erstmal die ganzen Waren zerknocken. Oh, der WC findet's da nie wieder raus. Hm? Suchst du nach Rose? Männliches Blut. Ah, ich weiß nicht, wo ich die Stimme herkönne. Sieh nur ein bisschen. Das ist aber ein Riese. Schon etwas abgestanden? Dann lass ihn uns gleich verspeisen, Mutter. Ich war es, die ihn geschnappt hat. Na, na Mädchen. Erst informiere ich Mutter Miranda. Aber später. Später bekommt jede ihren Anteil. Zieh ihn hoch. Hey, hey. Was? Was ist alles? Hör sofort auf. Pass besser auf, was du sagst, Ethan Winters. Was ist denn los mit euch? Lass mich runter! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Tu was, Ethan. Mach was. Ich muss hier raus, bevor sie zurückkommen. Ah. Alter, Auge. Jetzt hängst du auf einer an. Die sind doch völlig krank. Gute alter Heimittel. Ja, auf jeden Fall noch mal. Das ist nicht. Geschweige denn mal normales Obst. Papier und Obst. Wahrscheinlich so der beste Trend. So. Was ist denn was besonders hier? Ich will mir die Gabel nehmen und dann einfach zustichen. Na gut. Jetzt. Mädchen bei der Ernte. Gut, ich habe keiner was die da ernten. Aber wahrscheinlich kein Mais oder so. Wahrscheinlich muss ich durch den Kamin oder so. Jetzt schlau es die Seele. Ich habe doch ein. Gut. Ich hatte ein Schraubenzier. Das ist eine Figur. Na nö. Das ist ein Schlafzimmer. Ich kann nicht gesehen. Das ist ja ein Bett. Hat dir aufgefallen. Ha. Gut. Oh, die hatte aber Bock ey. Ein paar Anstellen hier. Auch mit Kette. Uhlala. Die Maitrescu. Oder wie. Ich weiß gar nicht wie sie heißt. Man kennt es. Durch den Kamin. War ja schon bei den Bakers auch so. Wenn der ganze Horror angefangen ist. Was sie geht. Etwas. Regen mit rostroten Augen. Ich glaube, wenn du so eine Rüstung anziehst. Ich glaube, das bringt auch nicht viel. Die Playstation dreht gerade wieder komplett ran. Ich glaube, das ist ein Typ mit einem Pferd und anderen Tieren. Oh, das ist ein Typ mit Rüstung. Aber jetzt mal hier. Ja. Meine Herren. So. Komm, wir haben wahrscheinlich jetzt. Jetzt kann ich ja nicht über den Orden wählen. Ne. Komm, ich schau jetzt wieder in die Haupthalle. keine controller vibriert findet die vier engel was sind denn ok warte mal rostrotes auge schade und dann komme ich hier wieder raus indem ich das so sieht man sich wieder was machen sie hier wenn es was zu verdienen gibt und hast du deine tochter gefunden nein wenn sie wirklich hier ist hält die herren des hauses sie doch sich ein sie dich doch mal dort um vielleicht hast du apropos umsehen brauchst du irgendwas ich habe gar nicht genug auch speichern was ist das das und Slaverind in seiner Heimatland das Ketzeichen da haben wir hier Stufe 4 Kugel das Schloss, das Haupt im Hügel das Wasserrat und den eisernen Turm Danke Wow Also muss ich die vier Labyrinthe durchleben oder vielseise enträtseln schaffen Du willst dich nur umsehen, tu dir keinen Zwang an Kann ich mir einfach verkaufen Ja, das dinge 3.500 Kann es gerne haben Aber sonst habe ich nicht wenn ich nicht eine Landmine Was 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 so ach so ne Klimbergeld Klimbergeld Klimbergen? Ich bin nicht gar nicht Pfff warte es hat hier Ach so Herrscherloch Flimmonition sonstige jetzt nähern Sie wie was ist denn mit herstellung von normalen personen werkstatt sparen das geld mal so passend hier das video ist jetzt gerade hier richtig schön passend da ich die schreibmaschine schön wie das hier mit dabei war ja die idee mit rest scheint ja ja mal so jetzt ich glaube die kann nett sein die sich so ein asiat wie gewisse andere leute das ist ein schädel kann ich mir sehen ich glaube da die töchtin die töchter schlimmer aber gut das werden wir irgendwann auch wieder zeit herausfinden und gucken wir die noch so passiert auf einmal dass wir mal schnell diese labyrinthe finden und die rätsel schaffen damit für diese hier alle bestücken können aber das ist nicht mein kronenleuchter mann das werden wir alles dann noch machen gut wenn ihr Bock drauf habt dann seid gerne beim nächsten mal dabei wir haben mich sehr drauf freuen und dann würde ich sagen ich wünsche euch jetzt noch einen schönen guten tag bis dahin und schönen mittel